Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung im Farbensimulator 15 und weiter geht's nach dem Intro. Und da bin ich auch schon wieder. Und ich möchte euch heute vorstellen den New Holland T6.160-175 Blue Power Golden Jubilee. Jubilee. Ich glaube in der Version 1.2, wenn ich mich nicht irre, habe ich jetzt wieder vergessen nachzugucken. Und ja, schauen wir uns das Ding mal an. Ich habe ja mal die Motorhaube aufgemacht, dass wir hier schon wieder reingucken können. Oh, das sieht man schon schön detailreich gemacht. Die ganzen Geräte, die zum Motor gehören. Hier ist auch irgendwas, was ich nicht deuten kann. Egal. Reifen, sehr schön. Von Trelleburg. Alles schön detailreich. Äh, was? Geh weg. Ah, ich hänge fest. So, gucken wir nochmal hinten rum. Auch schön gemacht. Hier hinten die ganzen Anschlüsse. Auch die Schilder sind alle schön detailreich gemacht. Ist ein sehr schönes Modell. Ja, das kleine Schild. Achtung. So, steige ich jetzt mal ein. Und man sieht, ob man das jetzt sieht. Ich habe das gesehen, das Lenkrad geht automatisch nach hinten. Ich steige jetzt nochmal aus. Guck, jetzt geht das Lenkrad wieder nach vorne. Eigentlich müsste das erst nach vorne die Tür aufgehen und dann erst aussteigen. So, jetzt kommt das Lenkrad nach vorne. Sehr schön. Der Monitor geht an. Wunderbar. Ich mache erstmal die Motorhaube wieder zu. Äh, das war, glaube ich, hier. Zack. Ja, es geht hier zu. Sehr schön. Viele Funktionen. Zum Beispiel hinten das Fenster aufmachen. Hier, das waren die Rundumleuchte auf einer Seite. Kann man an und abbauen. Dann die Panels an und abbauen. Einklappen, ausklappen. Und das war die Innenraumbeleuchtung. Finde ich auch cool, ja. Dann kann man hier die Türe öffnen. Was das ist? Unterlenker, ich habe keine Ahnung. Die Tür kann man natürlich auch noch aufmachen, wenn es warm ist. Dann die Jalousine fürs Dach. Und natürlich das Dachfenster nach oben kippen. Und man kann jetzt nicht einfach losfahren, weil die Handbremse mal an ist. Finde ich cool. Und hier geht sogar die Fußpedalen ein bisschen mit. Ja, hier wird vorne umgeschalten. Vorwärts, rückwärts. Ja. Finde ich cool. Also mit der Taste 7. Geht's los. Lenken. Alles mit einer Hand. Total lässig. Auch von außen, ja. Lässig, lässig. So, das Ganze. Ich hoffe, ich mache jetzt richtig. Blinker funktioniert. Warnblinker. Dann das Licht. Mit Numpet 6. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch eine Taste gibt fürs normale Licht. Das war ja nur das Arbeitslicht. Habe ich vergessen zu gucken. Na gut. Na gut. Rube funktioniert. Rundumleuchte funktioniert auch. Sehr schön. Jetzt gibt's eine Option. Lampet 0. Aber das wird wahrscheinlich alles noch später werden, ja. Weil man sieht hier, hier ND noch nicht angegeben. Wissen ich, ob da mal irgendwas kommt oder keine Ahnung. Mach ich das mal wieder weg. Mit der Taste Numpet 8. Habe ich noch nicht ganz rausgefunden, was das ist. Ich sehe ja auch nichts. Keine Ahnung. Taste Y ist hier irgendwas. Warte mal, da muss ich mal innen reingucken. Ach, das ist irgendwas, was man anbauen kann, was ja dazu liegt. Okay. Und was ich... ...saggeil finde. Man kann Gewichte anbringen hinten. Äh... Lampet 9. Und... Ich komme ein bisschen näher ran. Wie er sich auch nach hinten neigt, ne. Sehr geil gemacht. Finde ich extrem geil. Und... Man kann auch, äh... ...die Luft... ...absenden in den Reifen. Finde ich geil. Man kann natürlich damit auch fahren. Das testen wir alles mal auf der Teststrecke. Und das werde ich jetzt auch tun. Noch ein kleiner Informationsschlag. Er kostet 120.000 Euro, 80 Euro am Tag, Unterhaltskosten, Leistung 163 PS. Das nur mal nebenbei. Und jetzt fahren wir mal auf die Teststrecke. Schauen wir mal, wie das Ganze holpert. Haha. Ja. Jetzt kommen wir auf die Bodenwellen. Sieht sehr geschmeidig aus. Sehr schön. Gefällt mir gut. Jetzt machen wir noch den Elch-Test. Funktioniert auch. Sehr schön. Das ist ziemlich laut hier. Und was es natürlich jetzt noch macht, ist das Ganze mal mit dem Luftdruck rauslassen. Mal sehen, wie es uns das fahren lässt. Ja, macht eigentlich keinen Unterschied. Funktioniert auch. Wird gleich nur eine optische Option sein. Huch. Man kann wahrscheinlich während der Fahrt natürlich aufbumpen. Alles gut. Jetzt fahren wir mal hier hoch und gucken, ob man irgendwas merkt am Schwerpunkt. Wann ist das heute laut? Warum ist das so laut? Aber man sieht irgendwie am Reifen, dass da ein bisschen sich eindüttelt, ne? Auf der Kante. Sieht so cool aus. Also, der macht auch hier die Ecke mit. Wollt ich extrem geil gelungen. Bin ich begeistert. Bin ich echt begeistert. Na gut. Hier vielleicht nicht. Ich würde mal den Schwerpunkt wissen. Von dem Traktor. Ja, ich mache gerne mal ein paar Experimente. Theoretisch, wenn ich jetzt das Zusatzgewicht hinten weg mache. Das war Luft. Ja, ich kippe trotzdem nicht runter. Und ich komme natürlich jetzt noch nicht mehr vorwärts. Das war zu erwarten. Jetzt kam noch mal schön die Lenkung. Die wollte ich noch mal zeigen. Das ist auch schön gemacht. Dass sich alles bewegt. Ja, eine schöne Mod. Gefällt mir. Und, ich würde sagen, weil ich nicht weiterkomme, war's das. Und vielen Dank fürs Zusehen. Und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.